Insgesamt acht junge Forscher sind auf der Interpakt vom VDMA und der TU Dresden und im Fraunhofer-Institut ausgezeichnet worden. Die Forschungsarbeiten, wie bewerten Sie diese inhaltlich? Das sind allesamt extrem anspruchsvolle Arbeiten gewesen, die mit exzellenten Ergebnissen gekrönt worden sind. Sehr stark dominiert, aber entsprechend den Trends, die vorherrschen, auch verständlich. Das Thema Lebensmittelsicherheit und Reinigung. Die effiziente Beseitigung von Verspritzungen in Maschinen und Anlagen ist ein sehr ressourcenrelevantes Thema. Mit intelligenten Reinigungssystemen hat man sich in Dresden ein Ziel gesetzt, bedarfsgerecht reinigen zu können und mit einem maximalen effektiven Reinigungsprozess Wasser zu sparen, Energie zu sparen und vor allem Zeit. Diese Arbeiten haben allesamt auf verschiedenste Art und Weise genau zu diesem Thema beigetragen. Es braucht aber ganz unterschiedliche Kompetenzen. Grundkompetenz Maschinenbau, Werkstoffwissenschaften, Oberflächentechnik und Nebenkompetenzen, wenn ich das so sagen darf, Verschmutzungscharakteristika, Strömungsmechanik, Simulation, Virtualisierung von Prozessen und diesen Werkzeugkasten sich anzueignen, das haben diese jungen Leute geschafft und haben es in wirklich herausragend und extrem praxisrelevanten Themenstellungen tatsächlich nachgewiesen. Was macht für die aktuellen, auch für die künftigen Studierenden das Fach Verpackungs- und Nahrungsmittelmaschinenbau besonders? Ja, das ist insofern eine schwierige Frage, obwohl sie für mich relativ einfach zu beantworten ist. Wie packt man das in die richtigen Botschaften rein verbal? Wir haben tatsächlich ein sehr stabiles Ernährungs- und Versorgungssystem. Das ist aber keine vom Himmel gefallene Errungenschaft, sondern eine hart erkämpfte. Corona hat an einigen Stellen gezeigt, dass auch diese Wertschöpfungskämpfe und Schwachstellen haben. Und dass es auch hier neue Konzepte braucht, zum Beispiel zur Unterstützung oder gar zum Ersatz von Fachkräften, die in der Breite tatsächlich fehlen. Nicht nur in Krisensituationen, sondern wie jetzt auch systematisch. Und das Thema Verpackung, für das man sich vielleicht an manchen Ecken dieser Welt geneigt ist, schon schämen zu wollen. Ich denke, immer mehr Leute begreifen, dass Engineering die einzigste und sinnvollste Waffe ist, die Umweltrelevanz von Verpackung tatsächlich in ein Positives umzukehren. Und die unübersehbaren Herausforderungen, die wir in unserer Branche vor uns sehen und die von der Straße adressiert, natürlich auch einer Lösung zugeführt werden müssen, die geht es nur mit diesem Verpackungsbereich notwendigen Großkompetenzen anzugehen. Das ist, was gibt es Schöneres als früh aufzustehen, an der Mission zu folgen und abends ins Bett zu gehen, abbrechen zu können. Ich habe Spaß gehabt, ich habe die Welt gerettet, ein kleines Stück zumindest. Und ich kann es in einem Supermarktregal finden. Keine Ahnung. Das muss eigentlich begeistern. Dankeschön. Dankeschön.